WDR 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 Zurück zu einer Runde Minecraft Ach sagt bloß nicht schon wieder Oh doch schon wieder Und ihr könnt nix dagegen tun Wohahaha Meine Güte Jo Das wort zum Mittwoch Und ja Jetzt steht allerdings kein Einzelspiel auf dem Plan Jetzt geht es in den Mehrspieler Verdammt Und ihr seht schon hier ein paar Server Einfach mein lokaler Server der gerade am laufen ist 3 Millisekunden WTF Und Die pingen sich gerade gegenseitig hier irgendwie an alle Also der wird den eh nicht finden weil der Abgeschaltet Abgeschaltet ist Und ja Kopfhörer habe ich auch nicht auf Weil hier kommen ja eh keine Sounds oder Musik Und die Nachmachwale Weil ganz einfach ich dachte mir auch Baust wieder ein bisschen auf deinem Server für die die ja eh wirbst Für den ganzen Scheiß auch auf der Website nachzulesen Und Ja warum kombiniere ich nicht einfach beides Ja ihr seht das hier schon Und Naja Also kombiniere ich jetzt beides Ich baue auf dem Server Und Nehme auf dazu Und kommentiere Meinen ganzen Scheiß Den man auch so sehen würde Ohne Kommentierung Dann aber langweilig wäre Weil man da nur Benny Hiltemel hören würde Permanent Naja ihr könnt schon sehen Hier ist schon ein bisschen was dazu gekommen Also Wow okay Ähm Ja Das ist meine Stadt sozusagen hier Ich ändere immer wieder das Biom Aber es stellt sich zurück Ich weiß nicht woran das liegt Ich bin so ein Arsch Und unter anderem der schlechteste Artman auf der Welt Denn wie gesagt es ist erstmal alles im Äh es soll ja automatisiert später laufen Aber Ähm S S S S Haha Ne nicht witzig Äh es soll ja später mal automatisiert werden Und es ist ja alles noch im Aufbau Von daher Ja Also es wird mal etwas Größeres Und ja da freue ich mich auch schon riesig drauf Nur halt die Sache ist halt dazu muss es mal fertig werden Und da kommt unter anderem ihr ins Spiel Alter 98% von euch spielen Minecraft ja Also dann nehmt euch doch ich Weil ich Äh Man ihr habt doch ein originales Minecraft oder Ja hier ich auch zum Beweis Wir spielen auf der Wartet Wartet 1.8 Ja Weil ich habe mir Minecraft vor einer Weile gekauft Und yes Jetzt Habe ich meinen eigenen Skin Tadaa Egal ne Damit ich nicht mehr so als dummer Cheater hier durch die Welt reise Was denn da los Hab ich das noch nicht Ne anscheinend nicht Dann machen wir das gleich mal Ja Da kommt ihr ins Spiel Weil Es wäre nämlich wundergeil Wenn ihr hier mithelfen könntet Weil ich meine Es macht doch Spaß irgendwie Minecraft zu spielen Und ich meine Ich will doch auch bloß einen eigenen Server haben Und je mehr mitmachen desto cooler wird es dann Weil ich meine Es gibt doch auch lustige Momente ganz ehrlich Das geht Da geht es jetzt nicht um nur Bau nach Plan Sondern halt Oma Fun haben hier Weil Darum geht es doch Meine Güte Das ist ein Spiel Aber man baut also gerne Deswegen Ich will doch auch nur ein paar Spieler Es gibt 3 Milliarden Server Und ich will doch auch werben Weil ohne Werbung komme ich hier doch gar nicht mehr durch Ganz ehrlich Und wer von euch Bock hat und sagt Ja gut ich hab Ich bin erreichbar 24 7 Dann Schickt mir Skype Anfrage oder ähnliches Eine E-Mail mit dem Skype Weil Ja weil der Server ist ja nicht immer online Da kann ich euch wenigst kontaktieren wenn der online ist Weil ich könnte hier wirklich ein paar Leute gebrauchen Die mit beim Bauen helfen Es geht wirklich schleppend voran Ich weiß gar nicht was sollen das hier werden Mal schauen Äh Städtisches Arbeitsamt Okay Alles klar hier gibt es dann die Jobs Äh Jobs für alle Oder alles Okay Hier kommt nochmal riesiges Gewässern Äh Das wird dann wieder wie vorher hier zur Kante gehen Und dann Ja da runter laufen Und Bestimmt einige von euch würde es interessieren Was ist denn das Wie groß ist denn hier die Fläche Oder was ist denn da alles drauf Ja wir machen jetzt mal so einen kleinen Rundgang Könnte man sagen So ja es geht wieder kläglich voran Hier Warte 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 Alter der Hals schmerzt grad voll Ich bin zu nah Zu nah Verdammt Zu nah Mikro Ähm Kompass Ja wir bimmen uns mal eben hier durch die Kante Und ja ich habe meine große Fläche mit MC Edit Hier so Äh Okay Dann machen wir das grad mal weg Mit MC Edit habe ich hier mal eine große Fläche freigemacht von einer Welt Die sich flach generiert aber trotzdem Biome und Erze und so einen Scheiß hat Ähm ja freigemacht Weil mit WorldEdit Kriegst du es hier nicht mehr hin Da schmiert der Server ab Ist mir auch passiert Das kannst du machen wie du willst Kannst du aufm Weiß ich nicht Aterna Server oder sowas machen Die haben da genügend Ressourcen für Aber Oder Nitrado aber So ne jetzt kriegst du es nicht So ein So ein privater Server Ne der Kratzt da 100 pro ab 120 pro ab Ist hier Caps lockern Ne Alter erstmal ja Um links auf die Tastatur zu gucken muss ich vom Mikro weg Und da rede ich dann in den Raum rein Naja Naja hier Ist also die Stadt Die kann man dann Das vorteilhaft Die kann man dann ausbauen Die ist alles auf einer Fläche und hier das Das soll auch noch alles auf eine Fläche gehen Kann man ja gleich mal machen Kann man mal weitermachen Habe ich heute morgen angefangen Wupp Ah Schluck auf Prösterchen Ähm Ja Hier hat es dann so angefangen Und ich will das erstmal alles auf eine Ebene machen Und das kann man dann Ja so Das ist dann Kompakter könnte man sagen Und um die Stadt drumrum sollen dann Selber noch so Ja Berge Die werden dann auch alles mit Worldedit erschaffen Und das kann eine Weile dauern bis die wirklich so aussehen wie sie aussehen sollen Weil Das ist mit Smooth und so einen ganzen Scheiß Ist das doch ein bisschen Ja etwas aufwändiger So Sonne geht gerade unter Ich finde das toll Ich suche nochmal ein Plugin welches die Zeit reguliert Ja 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 Naja und Aber es ist ja kein Erstens kein 24 7 Hosting Server Sondern es ist ja wirklich nur ein Privater Deshalb Ich sehe es nicht ein wenn sich dann welche drüber beschweren dass ich ein Scheiß Admin wäre oder Obwohl Ja obwohl Das kann ich verübeln Obwohl jedoch nicht verübeln Äh was erzähle ich hier wieder Äh ne dann Moment Chimes Set Dö Ach man Niemand Spaß darf es dir machen verdammte Kacke Ähm Ja es ist ja wirklich nur ein Privater Server deswegen Ich kann es nicht verstehen wenn sich dann einige drüber aufregen sollten Äh das ist ja Warum fehlt mir noch alles so ein Scheiß Ja Meine Fresse ich setze ja auch nicht 24 7 davor und Bauern dem Scheiß Teil hier Ich will es doch auch mal fertig kriegen Ihr seht doch wie glücklich ich das hier mache Aber Glaubt jetzt nicht dass ich mit der Technik jetzt hier in ja oder so an dem Server gebaut habe Nein 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 Ich habe jetzt hier einfach nur um die Feinheiten die Feinheiten musst du selber machen Da kriegst du Jetzt kriegst du mit World of Did nicht mehr hin So erstmal wieder Luft holen hier Ja 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 Mann komm mal die Fresse Ja Watt du fecken Haben wir alles Ich hoffs doch Äh ja Na gut machen wir das einfach mal Und ja ein bisschen gequatschen nebenbei Also ihr Wie gesagt ich würde mich riesig freuen Ich werde das wohl schon ein paar mal sagen weil ich es muss langsamer vorangehen hier Ich wäre wirklich sehr geil von euch Wenn ihr wenn damit jemand mithelfen könnte weil Ganz ehrlich ich krieg das alleine auch irgendwie nicht mehr Vor allem ihr kennt vielleicht das Gefühl ihr habt dann auch genug vom Singleplayer sag ich mal Und ihr macht selber einen Server und dann kommt eben Hä Ich will mir eine Werkrad jemand Ich hätte was gehört Hm Merkwürdig Ja wirklich ihr kennt das doch selber ihr habt dann selber keinen Bock mehr an dem Teil zu schrauben Wenn ihr wisst dass nichts los ist Nein ich will auch bloß Mann Ich kann ja nichts anderes machen als Werbung Das ist so ne es ist wirklich so da kannst du sagen was du willst Das ist wirklich so ohne Werbung kriegst du gar nicht stehen deswegen Auch abonniert mich gibt mir ein like So ein scheiß ich kann mittlerweile drauf verzichten weil ich weiß dass es eh nicht wahrgenommen wird und so ein scheiß weil Ihr seid dafür Ihr macht was ihr wollt ja das hat euch niemand vorzuschreiben was ihr zu machen habt aber wie gesagt Ist ein angebot Und ich meine wenn der Server tatsächlich mal also der aus meiner Sicht hat er Potenzial aber ich glaube das hat jeder Server Betreiber aber Ist wirklich so ich glaube er hat Potenzial vor allem irgendwann kann man auch so drüber nachdenken okay wenn man sich sagt okay ich habe jetzt eine feste ja wie würde man sagen Ja Ja eine feste Zielgruppe oder sichere Fans die dann immer wieder kommen oder halt feste Spieler könnte man sagen dass die das ist so Stammspieler sind die wirklich immer wieder kommen und Ja für sowas könnte man dann sagen okay da kann man auch schon mal Geld für den Server ausgeben unter anderem eine DE Adresse oder Ich weiß auch nicht Was weiß ich extra Zeug hier oder so aber Ja aber stellt euch mal vor dass das würde mal ein riesig großer Server sein und wo viele Spieler drauf füllten Dann Ähm Lies sich Ursprünglich oder Naja Ne andersrum andersrum Ähm Ja Wenn jetzt mitgeholfen Mitgeholfen Alter fange ich jetzt wieder egal Wenn jetzt Jemand mithelfen würde Und der Server entwickelt sich mal irgendwann sehr groß Ich will nicht sagen vielleicht ist es so vielleicht aber auch nicht und ich denke in die falsche Richtung und das alles war für die Katz Aber sollte es was großes werden dann ließe sich nicht darüber streiten ob diejenigen die mitgeholfen haben genannt werden das ist dann obligatorisch Die werden natürlich genannt bekommen dann VIP Status und so ein scheiß bekommen dann extra Ausrüstung deswegen Ähm Ja ich habe euch vor allem ich habe noch nicht wird mir jetzt das sein ich habe gar nicht erwähnt was das überhaupt für den Server ist hier aber Aber ja mache ich ja gleich noch also ich habe viel zu viele Infos die will ich alle rüberbringen von daher Kann es noch eine Weile dauern Ähm Wo war ich Ah ja genau Das Ja das ließe sich dann auf jeden Fall einrichten weil vor allem ihr könntet dann sagen ja ich habe dem Typen mitgeholfen beim Serverbau Und Ja Ich meine was gibt es schöneres als zu wissen dass man mitgeholfen hat bei irgendwas dass man was Gutes tun konnte Ja Okay Dann holen wir uns mal eben die Axt dran Achso müsste man Ja gut ne das müsste ich selber machen weil hier geht ein Tunnel runter das wäre ungünstig Ähm Ja deswegen ich würde mich mega drüber freuen weil die Leute bekommen dann auch natürlich erstmal dann ein fettes Dankeschön und dann halt diesen VIP Status Weil der Sinn jetzt erstmal ja genau jetzt erst mit die Erklärung was ist denn das für ein Server Also das ist momentan der Stadtserver aber ich glaube das konnte man nicht übersehen Ähm Der Sinn dahinter ist Also Nicht Er hat keinen Sinn sondern ich überlege gerade wie ich es am besten formuliere Ähm Ja das ist eine automatisierte Stadt ist dass das Großstadt Das Großstadtleben simuliert wird könnte man sagen Und es geht dann halt wirklich alles mit Banking und Handeln und Dropsuche und Infrastruktur aufrechterhalten und so ein Zeugs Also es ist ein Sinn dahinter geplant ja Von daher es kann eigentlich nicht negativ ausfallen es sei denn ich komme halt keine Spieler was ich aber dann bezweifeln möchte Weil ich mache ja Werbung dafür und naja Ja Ich meine ich finde ich finde es cool also mir macht er Bausch Ja doch er macht mir Spaß und ich hätte wirklich mehr Freude dran wenn auch andere mitwirken könnten Weil Fanny zum Beispiel der spielt jetzt auch kein Minecraft mehr und von daher Ja Hunter 19 könnte mithelfen allerdings er ja wie will man sagen Ja Obwohl ja nee hart auf hart Ja fühlt sich irgendwie anscheinend zu durch die Diktatur Realischen Kräfte oder so mehr oder weniger Keine Ahnung entweder zu viel beansprucht oder ausgenutzt keine Ahnung Ja hat auch Äh teilweise ja mitgeholfen beim Bau jedoch Keine Ahnung ich glaube der fühlt sich irgendwie verarscht oder so Also ja gut nee er ist ja 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 er ist eher der typische Minecraft Spieler immer noch in der Offline Welt immer wieder dasselbe Ohne dass es langweilig wird ich kann es nicht nachvollziehen wie das überhaupt gehen kann Aber naja Ja was wirst du dazu sagen Achso wo haben wir jetzt markiert ja Aha Okay Nö doch mach mal hier Okay Naja Ja und es ich fände es sehr geil wenn ihr Leute mithelfen würden Also das wäre top ohne scheiß das wäre richtig top So mach mal hier Z2 Äh nee 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 Ja haha Replace Null with two Beziehungsweise undo Replace grass mit null Okay 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 Replace null With zwei Na geht doch So da kann man das hier noch fix fertig basteln hier an der Stelle Ja Und dann können wir gleich Ja Weckern Genau gedöns Ne warte Andersrum macht das mehr Sinn Und zack Set 2 Warte das ist praktisch So Set 2 Ähm ja Ah Alter die Hand total verkrampft ich Ich weiß gar nicht das geht generell ja nicht das Mikrofon ist so scheiße platziert und mit der Hand wenn ich das hier weiter weg stelle dann dürfte das eigentlich Naja So wirklich ach egal Äh äh Und ja wie gesagt und nochmal werbung es wird mich wirklich wirklich sehr freuen wenn ihr äh oder wenn einige zumindest dazu kommen können die mir beim bau helfen könnten weil ich meine das wäre wirklich top und es kann garantiert dann ein spezieller status dann herausspringen oder so oder ihr könntet euch sogar zum äh co admin oder sowas bewerben und so ein scheiß ihr könnt euch generell wenn ihr okay dazu müsste so einfach nur funktionsfähig sein also vollkommen funktionsfähig sein und ja fertig sein äh könnt ihr euch nämlich über meine Webseiten momentan auf dem Jimdo ich weiß kann ihr vielleicht wechselt die mal irgendwann zu einer.de Domain aber das bezweifle ich da ich bis jetzt noch keine ja keine feste Fangemeinde habe sag ich mal aber egal äh könnt ihr euch auf meiner Jimdo Seite äh Jimdo Seite zur Zeit unter dem Minecraft Server Bereich könnt ihr euch für einen Job in hier auf dem Server äh bewerben da ähm liest es sich sogar also wenn er automatisiert ist und ich nicht permanent online sein muss da kann ich ihn auch beim Systemstart gleich mit anschmeißen so dass ihr auch rauf könnt ohne dass ich jetzt wirklich zwangshaftig dann Minecraft mit nutzen muss soll kann und ja deswegen es wird mich riesig freuen aber naja das müsst ihr wissen also ne müsst ihr wirklich wissen helft dir helft ja helfe ich dem Arsch jetzt oder helfe ich dem nicht helfe ich helfe ich nicht hm habe ich nie habe ich kein Leben und fast nie was zu tun ja habe ich immer irgendwie was zu tun ich schaue das Video gerade nur weil ich mich weil ich chillen will dann ne aber ich glaube das erklärt sich von selbst so und ich wackele grad hier sinnlos durch die Gegend übrigens ich kann man von nichts auszeigen er war nämlich mal früher auf dem Server allerdings das war bevor ich das komplette auszeige ähm ähm müsst ihr euch so vorstellen es gab noch frühere Zeiten da habe ich angefangen hier die Welt richtig zu konstruieren das heißt ich habe jetzt dort eine Koordinate genommen dort eine Koordinate Koordinate hab dann Set 0 gemacht die Berge weg freie Fläche erstmal gerechnet wo ist die Mitte und so einen ganzen Scheiß und hab angefangen hier Grundstücke zu bauen und Fanny hat zu der Zeit auch noch Minecraft gespielt und hat sich gleich hier erstmal so eine Bude genommen natürlich kostenlos und sonst weil ich meine er wäre dann in dem Fall der Koortmann gewesen oder ne der ja stimmt der Prioritätsspieler und ja hat sich gleich erstmal ein Haus hier gemacht nur das Problem war die Internetverbindung die ist heute um einiges sehr viel stabiler als es damals war und ja deswegen also die Verbindung ist jetzt wirklich halbwegs sehr stabil halbwegs sehr stabil ja sag mal so äh kann natürlich sein hier und da ruckler weil ist nicht immer das Beste und naja also es geht schon und früher war das richtig schlimm da habe ich war froh wenn ich einen Strich reinbekommen habe und das war krass es war wirklich krass es ging damals nicht er ist zwei Blöcke gelatscht und wieder ein Block zurückgesprungen und keine Ahnung und naja dann hatte er keine Lust mehr und dann hat sich das eingestellt also das fand ich dann wirklich sehr schade und naja jetzt hat er halt sein Haus noch unterlassen es ist unangedatscht es ist immer noch im Originalzustand selbst die Hunde die er hier drin hat die nein das ist kein Ofen äh die haben sich auch keinen Zentimeter oder einen Block bewegt Doktor wann bis Haus ja so hieß er da so kann ich ja mal kurz zeigen hier na ja das wie gesagt die Häuser sind alle fertig diesen waren auf Grundstücken beziehungsweise es gibt dann noch alles mit den äh mit den Regionen und so der feste Bauhöhe und so ein Haus mieten und das wird alles noch eingestellt aber ich brauche als Spieler die erstmal die Stadt zu Ende bauen bis man dann sowas übernehmen kann und da hat er hier halt seine Hunde gehabt die heißen alle Renate und ja keine Ahnung hier raus rein können die ja überhaupt durch weiß ich gar nicht aber trotzdem die bewegen sich wirklich haben sich kein bisschen fortbewegt und deswegen ich würde Fanny gerne dazu motivieren weiter nochmal oder halt generell auf den Server zu kommen Minecraft wieder anzuschmeißen aber er ist jetzt eher in den sozialen Bereich gewechselt und ist deswegen weniger in der Online Welt also gut doch WhatsApp und so ein Scheiß äh 24 7 auf dem Handy erreichbar allerdings erstens kein Skype und zweitens spielt er Minecraft nur auf dem Handy und darüber kann man ja nicht auf einem Server drohen zumindest nicht so ein PC-Server ja ich glaube die Bude hier die riesige sagt schon alles das ist meine Bude das ist die Admin-Bude sozusagen und naja die ist auch gerade im Aufbau und vielleicht kennt ihr das Modell ja wenn ihr mal irgendwie Luxushaus oder sowas eingegeben habt ich habe mir das runtergeladen und einfach mal will ich das jetzt erweitern sieht kryptisch aus aber es wird noch alles modifiziert eingestellt sodass das dann dazu passen möge egal und ja alter ich rede mir übelst die Stimme und es geht wirklich ziemlich auf die Stimme aber egal ja und deswegen ihr ich baue noch selber ich würde gerne weiter bauen wenn ich die Stadt wäre und ja wie ich kann es nur noch wiederholen wenn kommt wirklich wenn ihr euch sagt doch doch komm lass mal helfen und so ein Scheiß oder selber noch Spaß an weil es geht ja nichts ohne Werbung ist ich glaube niemand ne wirklich ich glaube das muss ich nicht mal fragen es ist so niemand wüsste was von dem Server wenn ich jetzt nicht das Video machen würde ich bin mal gespannt wie viel Aufrufe es bekommt und naja ist wirklich krass und ich glaube wir sollen jetzt mal weiter bauen achso ich bin ja im Creative ich dachte schon ähm ja ich kann noch mal ein paar Gebäude hier zeigen also hier Drop Center hier ist eine Feuerwache Moment ja das ist eine Feuerwache ja 1,2,3 die rücken dann mit Pferden aus und so ein Scheiß ich glaube das obwohl nicht ich zeige es gar nicht also ich sage nur kurz was es ist und ihr könnt ihr dann mal selber auf den Server gucken und naja städtische Verwaltung hier weiß ich noch nicht kommen wahrscheinlich Dokumente sowas wie Wohnsitz oder so ein Scheiß rein äh das ist eher eine große Bibliothek und scheiß die hat sogar es gibt so Gebäude die haben so ich sage jetzt mal Geheimnisse die habe ich selbst mit eingebaut und ne unter anderem unter anderem hat dieses Gebäude eins aber ich will nicht verraten wo es ist und was es ja was ja was es ist und wo es liegt aber es könnte von euch von Vorteil sein sage ich mal so und aha ja hier die Shader weil ich habe die ganze Stadt importiert und da hat das mit dem Shader ein bisschen Problem gehabt feuchte Abteilung äh mit dem Shader ein Problem gehabt und da hat es alles mit Schwarz bedeckt und erstmal wieder hier überall rumrennen damit das Schwarz wieder weg geht und was Bücher bitte in der Bibliothek lassen danke okay ja kein Problem bitteschön auf Wiedersehen auf Wiedersehen und normalerweise käme jetzt eine Abschiedsnachricht aber die Regionen sind ja alle verschoben dadurch dass ich es einfach willkürlich platziert habe und ja das hier ist ein riesige Tower hier kommt wahrscheinlich mal also gut ist schon drin aber ob das funktioniert das müsstet ihr müsste ich auch ein paar Leute brauchen zum Debug von manchen Plugins der Elevator Mod der hier drin ist oder Plugin äh der läuft bei mir ziemlich gut allerdings für die Spieler ich weiß nicht da irgendwie können die keinen Fahrstuhl benutzen und naja hier kann man dann halt die hier kann man mal hoch und dann ja sozusagen die Stadt betrachten hier unten ist übrigens noch ein kleiner Park der hat auch ein Geheimnis und naja mal schauen also es lag gerade ein bisschen waren verboten hahaha witzig und ja hier sind dann die Einkaufsstraßen die gibt es dann jeweils vier so Läden wie wo kannst du verschiedene Holzsorten kaufen kannst du Möbel kaufen kannst du Fertigprodukte oder andere Fertigprodukte kaufen und ja so ein Scheiß hier ist noch eine Kirche für die Religiösen unter euch auch die hat ein Geheimnis so und das war es schon an Geheimnissen mehr muss ich noch einbauen das ist der Beamer hier kann man sich dann gegen Endgilder kann man sich dann an bestimmte Stellen teleportieren lassen und ja wie gesagt das muss alles aufgebaut werden von naja wer von euch ziemlich im Bau waren ist der kann der ist hier willkommen der ist hier wirklich willkommen weil hier müssen ziemlich viele Gebäude hin ich habe noch eine Liste was alles mit hin muss unter anderem so ein Alcatraz Gefängnis also nicht Alcatraz aber großes Sicherheitsgefängnis und halt so Dinge wie keine Ahnung die tägliche Post oder so eine Redaktion oder eine Apotheke sowas wer da im Bau waren ist und weiß wo was reinkommt der ist hier herzlich willkommen ich freue mich riesig darüber wenn hier jemand gehe mit der eine Ahnung davon hat wie das ganze auszusehen hat weil man kann mit den ganzen möglichen mit all möglichen Blöcken hier kann man wirklich ziemlich interessante Konstruktionen schaffen das ist mir neulich aufgefallen als ich Bilder gesehen habe von Kirchenmodellen also eigentlich ich habe nichts mit Kirche zu tun aber also ich habe mal danach geguckt wie sowas aussehen könnte und da waren auch ziemlich gute Beleuchtungsideen die mithilfe dann von halt Glowstone und wer ist denn die hier Trichtern geschaffen wurden und das sah wirklich sehr interessant aus also wer von euch wirklich Styler ist oder sowas der ist hier wirklich herzlich willkommen oder auch sowas hier was könnte man hier hin machen könnte man eine Art Park könnte man eine keine Ahnung Absperrhecke könnte man hier einen Brunnen machen könnte man hier vielleicht weiß nicht was was könnte man hier ein bisschen hin machen vielleicht eine hm weiß nicht vielleicht ein Minigame eine Rennstrecke oder sowas das ich würde mich wirklich riesig freuen weil ich meine was gibt es wirklich schöneres also ja die hier das war eine Fehlkonstruktion beziehungsweise hat mal funktioniert es hat sich nur gerade irgendwas komisch getan anscheinend fehlt hier eine Redstone Verbindung dass das nicht hochklappt aber selbst das hier soll eine automatische Erntemaschine sein aber ich glaube das muss ich nicht sagen und ja die muss ich anscheinend nochmal neu bauen aber die dürfte eigentlich nicht so lange bauen okay doch das dürfte eine Weile dauern wegen den ganzen Einzelheiten aber das geht schon ja hier hast du dann noch einen Strand ähm ja das wird noch Moment kann man mal eben auffüllen ja das soll aber nicht alles auf einer Ebene sein da kommen natürlich dann auch Berge wo man hin kann und große Brücken und irgendwelche größeren Konstruktionen aber ich weil ich die halt importiert habe und ich habe halt nicht auf die Höhenunterschiede und so einen Scheiß geachtet und da ist das jetzt halt boah ein bisschen weiter unten aber ich schätze das nicht schlimm ja wie gesagt hier muss man überall drüber fliegen damit sich das generiert in Anführungszeichen und ja hier haben wir noch eine Ölplattform die kann man auch besuchen also ich finde die sieht schon mal ja gut ich habe sie selbst gebaut deswegen muss ich sie sehr gut finden aber ich finde sie wirklich nicht schlecht hier haben wir noch einen Leuchtturm für mögliche einfahrende Schiffe oder Boote halt wer weiß wie groß die Welt noch wird mit der Maus gibt es gerade hier ein paar Probleme egal ja hier ist dann halt für die Begrenzungen wo ich dann die Region erstelle und so einen Scheiß das hier wird eine Deathmatch Area das heißt hier ist so eine Art PvP also das ist zwar kein Freebuild Server oder vielleicht könnte es ja einer werden aber auf jeden Fall halt so ja stadtmäßig und PvP PvP ist hier nicht so groß geschrieben eher dann das Alltagsleben in der Stadt aber naja wie gesagt ich würde mich darüber freuen eigentlich ist das mehr ein Werbevideo als dass ich hier wirklich was baue weil ich meine ich habe momentan wenn ich da bin jetzt mal ehrlich dazu ich habe momentan überhaupt keinen Bock hier zu bauen weil ich genau weil ich momentan halt weiß dass keine Spieler da sind die helfen oder so im Moment kann ich auch mal hier nochmal zeigen das Gebäude ist eine Polizeistation und ja ich habe nicht wirklich Bock ich habe ne ich habe nicht wirklich Bock hier zu bauen also es würde mehr Spaß machen wenn mir welche mithelfen würden die kriegen dann natürlich auch so ja OP Rechte nicht aber dann halt sowas wie Worldedit Permissions und halt mit Axt markieren und erstellen und naja mal sehen Personal Only Inhaftierungszellen das ist eine Polizeiwache warte mal kann kann ich schon mal zeigen ja klar ich beam mich dann einfach wieder raus ja das sind dann hier so Zellen Moment so so sehen die dann aus hier wird man dann rein teleportiert wenn man was böses gemacht hat wenn man ein böser Wubi war und naja sonst sind ja so Pinbads aber die funktionieren irgendwie bei 1.8 nicht deswegen entweder ich war da auf dem Update oder vielleicht geht es nur ich habe was falsch eingestellt ich weiß es nicht wie weit sind wir jetzt schon mit auf was 30 Minuten sagt bloß ok nee dann war es nur ein Werbevideo ein ziemlich langes also jo meine Fresse 30 Minuten ho krass also naja also was will man dazu sagen ja es war sehr schön dass ihr zugeschaut habt vor allem bis zum Ende geschaut habt wenn ihr das jetzt hier hört seht fühlt fühlt keine Ahnung egal nein also ihr wisst wenn was ist schreibt mich an oder also wenn ihr Bock habt zu joinen könnt ihr das ruhig machen ihr könnt mich per Skype ihr könnt mich könnt mich per E-Mail anschreiben per Kommentar per Like oder nee per Like nicht unbedingt weil es ja nicht geht haha das Logic nee aber auch Daumen vergeben und ja ne ohne Scheiße ich würde mich riesig darüber freuen das ist jetzt weniger eine Aufforderung sondern eher mehr möglicherweise lukratives Angebot weil es ist irgendwie eine Win-Win Situation sag ich mal aber das darf jeder selbst entscheiden ich zumindest würde mich freuen wenn denn jemand kommen würde und naja das hat vielleicht gerade die falsche Betone aber ist egal es hat mir sehr viel Spaß gemacht das erstmal hier ein bisschen ja für den Server zu werben und naja wenn ihr Interesse habt gerade wie gerade wie gerade gesagt doch Mensch geil der Tag ist perfekt es könnte nicht schöner kommen als irgendwelche Sprechfehler meine Güte erstmal Luft holen naja naja wie gesagt also das war's wenn was ist ihr wisst den ganzen Kladderadatsch und ja ich werde mal sehen vielleicht mache ich hier noch ein bisschen weiter und naja dann bis zum nächsten Video mal sehen was es wird und ja bis dahin ciao hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch und vielleicht sieht man sich ja demnächst also dann ciao